Love you now Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute mal Thema Nutrition tatsächlich Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, fahren wir gerade hoch nach Bensberg Weil da Royal Donuts Bergisch Gladbach aufgemacht hat Und ja, die Tuba hat gesagt, das ist krass und es lohnt sich Und ich habe schon in Köln gemerkt, es wurde übelst gehypt Also checken wir das Ganze jetzt mal ab Bis nachher und Intro Ja, ich habe gehört, die Dinger sollen richtig teuer sein Ich glaube, unter 20 Euro für ein paar Donuts kommen wir da heute nicht raus Naja, wir werden das Ganze jetzt mal abchecken, fallen uns da hin Abonnieren nicht vergessen Leute Wenn du neu auf diesem Kanal bist, heiße ich dich herzlich willkommen Mein Name ist Daniel und schreibt mir in die Kommentare I subscribed Dann heiße ich dich herzlich willkommen auf meinem Kanal Wir drive jetzt mal da hoch nach Bensberger, Bensberger Leben länger Bis gleich I know how to love you now I know how to love you now I know how to love you now Okay Leute, wir haben es geschafft Wir haben einen 6er Pack bekommen Ähm, was haben wir? 17 Euro 17 Euro noch was haben wir gesagt Ja, 17 Euro für 6 Donuts Ähm, geht so Günstiger als Tuba Ähm, es geht auch noch teurer Wenn man jetzt immer so einen Cronut zum Beispiel nehmen würde Dann wäre das Ganze richtig teuer, glaube ich Aber ich glaube, die teuerste Box Wenn man nur diese Bombs nimmt Also Bombs sind so diese krasseren Donuts Nicht die normalen Dann kostet die 34,99 Euro Für 12 Stück aber Und wenn man nur eine volle Box nimmt Nur Bombs für 6 Kostet die 19 Euro Und die Standards Habe ich gerade nicht mehr im Kopf Aber die Standard Donuts sind eigentlich langweilig Sogar das Ich muss ehrlich sagen Dunkin Donuts ist einfach nicht so krass Ne, fand ich auch nie Also Ich fand das nie so heftig Grüße gehen raus an Hasem Hasem Abu Shaban Wenn du das hörst Vielen Dank, dass du immer nach Siegburg Mir Donuts von Dunkin Donuts mitgebracht hast Aha Ich habe das immer sehr gefeiert Aber trotzdem Dunkin Donuts ist nicht das krasseste Ja, wir fahren jetzt nach Hause Und dann überlege ich Ob ich erstmal was herzhaftes frühstücke Oh ja, lass uns Frühstücksburger machen Und dann danach die Donuts essen Okay, also machen wir einen Frühstücksburger Und danach essen wir die Donuts Und dann geben wir Feedback Wir haben auch vegane Donuts Ganz wichtig zu sagen Ja, da bin ich auch sehr gespannt Und dann geben wir euch Feedback dazu Bis gleich Er hat einfach schon jetzt einen Zuckerschock Nur weil sie die Donuts gerochen hat Ja, auf jeden Fall Aber erstmal jetzt was herzhaftes Ich kann nicht mit süß direkt starten Das ist irgendwie nicht so mein Ding Ich brauche immer vorher was herzhaftes Machen wir unseren Frühstücksburger Ein bisschen improvisiert Weil ich nicht alles dafür da habe Aber das wird ganz nice Jetzt, was brauchen wir sonst? Eigentlich nicht so kompliziert Wir machen immer so Eier Und immer so ein bisschen was anderes Immer so ein bisschen improvisiert Und ich überlege heute Da wir ja drei Toastbrötchen haben Ein wie so ein Big Mac Der hat ja auch so ein Brot noch in der Mitte Weißt du? Ach so, ja Dann ist das so ein richtig fetter Lass uns das mal probieren Ich überlege mal Jo, wir sind fast durch Die ersten Toasts sind jetzt ready Okay Leute Wir snacken jetzt kurz die Frühstücksburger Und dann als Dessert Natürlich unsere Royal Donuts Jo, es ist soweit Wir testen jetzt die einzelnen Donuts War auf jeden Fall sinnvoll zuerst Was herzhaftes zu essen Weil vorher echt keinen Bock gehabt Ja, das ist das Paket Sechs Stück sind drin Du hast dir zwei ausgesucht Und ich habe den Rest ausgesucht Ja, so ungefähr Also ich habe einen veganen Mit Brezeln oben drauf Und den Maxi King Der war mega gehypt Vielleicht zeige ich dir mal als erstes Willst du einen Teller drunter tun oder so? Oder schaffst du es so? Ich probiere immer es so Boah, es gibt eine riesen Das ist der Maxi King Ich hole einen Teller Okay Ich kann nämlich null essen Ja, bei mir ist das wirklich so Dass immer alles runterfällt Also Daniels Seite ist immer so richtig ordentlich Und meine Seite immer nur voll mit Grünchen Und Dankeschön So, wir werden als erstes testen Den Maxi King Ja, hau rein Okay Ich versuche Oh mein Gott Boah, der hat sogar eine Füllung Oh mein Gott Probier mal Ich weiß gar nicht, wie man das oben essen soll Einfach reinbärchen Wow Der ist schon heftig, oder? Ja, ist schon okay Boah Aber Aber Das wäre jetzt nicht so mein Ding Voll mein Ding Ich habe einen veganen Ich werde auf jeden Fall den veganen zuerst probieren Das ist dieser hier Der ist einfach mit Ja, so Marzipankugeln oben drauf Ich habe Marzipan übelst gefeiert Das Kind immer Ich machte früher nie Marzipan Und dann irgendwann kam das Dann habe ich so ein Wrap gegessen Mit Marzipan drauf Seitdem mag ich das Was ist denn Marzipankugel? Eine Kugel? Mmmh Und Ist okay Ich bleibe es auch einmal rein Ich finde Der Teig ist halt nice Aber Nicht so Krass Wie ich mir gewünscht hätte Okay Eigentlich können wir ja direkt Als nächstes Den zweiten veganen testen Den ich mir ausgesucht habe Ich esse den erstmal auf jetzt Oh mein Gott Es klebt Der klebt übelst fest Scheiße Okay Ich muss dann noch Wie ein paar Hände waschen Ihr seht Ganz viel Karamell Übelst viel Runter Ja Und Brezel Was ich halt geil finde Das ist immer diese Kombination Aus süß und salzig Deswegen habe ich mich Für den entschieden Okay, okay Er tropft Und sie wollte keinen Teller nehmen Ja Ich weiss jetzt da rein Wo die Brezel mit ist Das wird jetzt richtig eskalieren Boah Der ist geil Ich will den gar nicht probieren Ja Der sieht nicht gut aus Boah Der ist aber richtig geil Und dass der vegan ist Heißt dann auch Keine Milchprodukte mit drin Oder so Ne Der Teig ist halt dann anders Aber Ich finde den Teig trotzdem Mega mega lecker Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen Ich würde dem hier Wir müssen auch Punktsystem machen Also den Ich habe jetzt einen probiert Du hast einen Der vegane mit Marzipan So eine 6 von 10 Und den Maxi King hast du probiert Der Maxi King ist tatsächlich Für mich nur eine 5 von 5 Der Maxi King ist aber der gehypteste anscheinend Wir haben gefragt welche sind so beliebt Und dann haben die Maxi King gesagt Ich würde dem Maxi King eine 9 von 10 geben Okay krass Ich finde den richtig richtig gut Und dem hier eine 8 würde ich sagen Also ich bin schon auf jeden Fall richtig überzeugt Naja also der Maxi King kriegt von mir auf jeden Fall nur eine 5 von 5 Ich fand den einfach überhaupt nicht so krass Welcher mich auf jeden Fall gehypt hat Also wo ich richtig gespannt auf bin Ist der hier Den habe ich auf der Internetseite gesehen Und zwar ist das Cheesecake Und auf den bin ich richtig krass gespannt Ich weiß gar nicht wo ich reinweisen soll Weißt du was da oben drauf ist Kennt ihr noch diese Die gab es früher so am Supermarkt Tankstellen und so So länglich waren die Wie so Schokoriegel Und das war Käsekuchen Und der ist hier oben drauf Oh mein Gott Ich glaube genau der ist das Schade dass das so einer ist Weil der ist einfach nicht so krass Diese Käsekuchen Dinger Na dieser fertige ist einfach nicht so krass Probier mal Aber okay In der Mitte ist noch Marmelade drin Oh Erdbeermarmelade Mich auch bewerben Also es wird leider immer schlechter 4 von 10 für mich nur Ist einfach nicht so krass Habe ich mir echt mehr von erhofft Aber 2 sind hier noch drin Und die sind richtig schokoladig Was ich würde ihm auch Nur eine 5 von 10 geben Weil ich stehe nicht so auf So Kuchenkram Sondern ich stehe halt eher so auf Karamell und Schokolade und so Und deswegen Ist das nicht so sehr meins Ich finde der schmeckt ein bisschen wie Ein Berliner Ach auf der anderen Seite ist Schokofüllung Oh mein Gott Ich hab die Erdbeerfüllung erwischt Oh nein Auf der anderen Seite ist Schoko drin Und hebt sich deine Bewertung noch mal an Wenn er komplett mit Schokobär Moment Dann hat er gleich überall Donut in der Nase Mh Würde eine 6 kriegen Wow 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 Ne das Erdbeer ist echt nicht so geil Mh Wie viele Kalorien essen wir jetzt gerade Direkt mal zum Start 3.000 Kalorien reingeschweppert Zu viele Boah jetzt noch diese ganze Karamellsoße Wollen wir mal Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal Hände örtchen gehen Mh Weil der vegane mit der Brezel Ist Katastrophe zu essen Aber ich kann ihn empfehlen Nein da ist noch mehr Marmelade Oh wie viel Marmelade drin Ich kann euch sagen Die 6er Box reicht dicke Ihr braucht für euch alleine Also mir hätte 2 Stück jetzt gereicht Made Jack nicht gebraucht Kann ich mal die Kaffeetasse anfassen Ne Ok ich tue mal den zurück Und probiere mal den Kinder Schokolade Der hat so richtig hart fettes Topping drauf Ok ciao Der ist gut Der ist brutal Komm probieren Oh mein Gott Also der mit Kinder Schokolade hat innen nochmal eine Füllung Lass mich einmal abseißen Mh 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 Oh mein Gott Mh Das sind die mit Nutella Füllung Das ist schon hart Sie hatte nämlich gesagt Und es gibt noch welche mit einer Nutella Füllung Mh Der ist richtig krass gefüllt Richtig richtig schokoladig Man kann auf keinen Fall alle auch essen Und mich für später lassen Aber als wir jeden probiert haben Wir müssen den noch bewerten Der ist schon krass Ein bisschen zu wenig Teiggeschmack finde ich Ich finde auch also Er hier hat so eine sarnige Füllung So ein bisschen Die Füllung ist aber nicht so intensiv Dass man auch noch Donut schmeckt Der hier ist halt Schokolade pur 7 von 10 Ich würde dem Kinderariegel trotzdem eine 8 geben Und der bleibt bei einer 9 Du bewährst die alle viel zu hoch Ich bin aber auch nichts gewohnt Also weißt du sowieso Ich hab noch nie so krasse Donuts gegessen Okay ich speise jetzt einmal den Oreo rein Oh der hat irgendeine harte Füllung nochmal Den Oreo Keks den kannst du haben Ich weiß wie Oreo schmeckt Ich brauch den nicht essen Oh mein Gott Der ist richtig schön Boah Der hat keine Füllung Doch Doch Das da Das ist die Füllung Du hast da reingebissen Da war keiner Boah Sahne Füllung Probier mal die Füllung Die Füllung macht es am Arsch Findest du Ich finde die Füllung geil Ohne Füllung Wäre das der beste gewesen bisher Weil der nicht so zu krass fiel Nur Topping Dies das Du schmeckst schon gar kein Donut mehr Deswegen Ohne Füllung wäre das mein Favorit gewesen Krass Ich hatte gerade ein Stück mit Oreo Keks Das war krass Der kriegt von mir auch ne 9 von 10 Also Oreo Und der Sind meine Favoriten Die beiden Müsst ihr euch auf jeden Fall holen Okay Leute Ich glaub Royal Donuts Gibt es fast überall mittlerweile Übrigens Das ist jetzt kein Sponsoring Wir haben das selber bezahlt Ja Er hat einfach nur Bock das zu testen Weil es halt so einen übelsten Hype hatte Die Leute standen selbst Wir waren jetzt um 12 Uhr da Und die Leute standen trotzdem draußen Schlange Deswegen Wird es auf jeden Fall heftig gehypt Ich kann jetzt auf jeden Fall Wir können jetzt erstmal wieder eine Pizza vertragen Ich esse noch ein bisschen Den hier willst du ja wirklich nicht Ne Zu viel Zu viel einfach Die ist noch ein bisschen Ich verabschiede mich schon mal von euch Vielen Dank fürs Zuschauen Abonnieren nicht vergessen Und wenn ihr irgendetwas habt Restaurants keine Ahnung Was wir mal ausprobieren sollen Haut es mal rein in die Kommentare Ja Bis zum nächsten Mal Machts gut Dann gibt es auch wieder Vernünftigen Content Übrigens Hier sind Spritzen drauf Das heißt Die sind alle auf Stoff Die Donuts Scheiße Ich muss auch Hände waschen Haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Tschau Boah Richtig geil Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Tschau